Es war eine Lehrstunde für den Vize-Weltmeister. Mit 0 zu 6 gehen Slatko Dalic und seine Kroaten in Spanien unter und landen nach dem Höhenflug bei der WM wieder zurück auf dem Boden der Länderspielrealität. So ist das Leben. Wir müssen es akzeptieren. Nach großer Euphorie folgt manchmal eine Tragödie. Ich möchte der spanischen Mannschaft zu diesem großartigen Sieg gratulieren. Für uns ist das jetzt nicht leicht, aber wir müssen die richtigen Schlüsse aus dem Spiel ziehen und weitermachen. Wir können uns nicht hinsetzen und weinen oder traurig sein. Wir müssen uns auf das vorbereiten, was als nächstes kommt. Für die Kroaten ist es eine Tragödie. Für die Spanier zumindest ein bisschen Wiedergutmachung nach dem Achtelfinal aus bei der WM. Es gibt nicht viel zu sagen. Es gibt keine negativen Dinge. Es gab deutlich mehr gute Aktionen als Fehler und die Einstellung war hervorragend. Das Pressen nach jedem Ballverlust, die schnellen Balleroberungen, eine Nationalmannschaft mit Modric und Rakitic, zwei der besten Mittelfeldspieler der Welt, zu beherrschen. Es gibt viele Dinge hervorzuheben. Enrique, also rundum zufrieden mit seiner Mannschaft, die nach der Anfangsphase den Vizeweltmeister mit seinem prominent besetzten Mittelfeld klar dominiert. Alles war wunderbar. Wir waren sehr effektiv. Nach den ersten beiden Torchancen der Kroaten waren wir etwas unsortiert. Aber sie haben die Chancen nicht genutzt und das Spiel hat sich gedreht. Von da an haben wir in vielen Phasen brillant gespielt, mit unglaublichen Treffern und vielen gefährlichen Aktionen. Zwei Siege aus den ersten beiden Nations League-Partien. Für Spanien ist der Auftakt nach der Enttäuschung in Russland geglückt. Spanien ist der Auftakt nach der Enttäuschung in Russland.